Musik ... in der Türkei inzwischen stattfinden und selbst in Deutschland gehen inzwischen die Menschen auf die Straße, um eben die Demonstranten aus der Türkei zu unterstützen. Tausende Menschen zum Beispiel zogen friedlich durch die Straßen, um die Protestbewegung eben hier zu stützen. Aus Deutschland, sie forderten den Rücktritt des türkischen Ministerpräsidenten und eine Freilassung der Gefangenen in der Türkei. Die Protestwelle schwappt also auch zu uns rüber nach Deutschland. In Berlin sind wir jetzt verbunden mit Kenan Kolat, er ist der Vorsitzende der türkischen Gemeinde hier bei uns in Deutschland. Schönen guten Morgen, Herr Kolat. Guten Morgen. Jetzt hört man gerne mal aus der Türkei, das ist eine Minderheit, das ist eine kleinere Gruppe, die da protestiert. Gestern hat er auch Erdogan es geschafft, Zehntausende vor seiner Bühne zu versammeln. Wie lässt sich das erklären? Ist das wirklich nur eine kleine Gruppe? Es ist keine kleine Gruppe, es ist ein Bündel von Menschen, die bisher nie auf der Straße waren. Das sind junge Menschen, das sind ältere Mütter, Väter, die bisher politisch auch apolitisch waren, nicht politisch waren, die zu keiner Gruppe angehören. Die 90er-Jahrgang sind Jugendliche, die immer frei leben wollen. Und das ist eine Mischung von vielen Gruppierungen. Es ist sehr interessant. Ich war am 31. Mai bis zum 3.6. dort und komme gerade auch aus der Türkei nochmal zurück. Und ich erlebe, dass es eine andere Bewegung ist. Es ist eine Bewegung, die junge Menschen für ihre Freiheit kämpfen, gegen Willkür kämpfen. Das ist etwas anders. Herr Kulat, Sie sagen selbst, die sind bisher nicht auf die Straße gegangen. Was treibt Sie jetzt dorthin? Was macht Erdogan falsch? Ich denke, Erdogan hat auch viele gute Dinge gemacht. Ich habe, als er zum ersten Mal an die Regierung kam, auch ihn gelobt und habe gesagt, Demokratisierung ist auch richtig. Aber in seiner zweiten Amtszeit hat er nach und nach versucht, die demokratische Opposition, jegliche Gruppen, jegliche Verhalten der Menschen einzuschränken. Und das ist die Einschränkung der Freiheitsrechte des Einzelnen. Zum Beispiel sagt er, die Frauen müssen mindestens drei Kinder bekommen. Hier dürft ihr trinken, hier dürft ihr nicht trinken. Er schreibt alles vor. Er gibt alles vor. Er sagt, was zu tun ist. Auch bei dieser Demonstration hat er gesagt, jetzt habt ihr demonstriert, es ist genug, jetzt habe ich eure Botschaft verstanden, jetzt geht man nach Hause. Also er bestimmt über alles. Er sagt zum Beispiel auch, dass die Jugendlichen jetzt endlich zu Hause gehen und die Eltern sollen ihre Kinder abholen. Also das ist sozusagen von oben herab. Diese Haltung ist sozusagen, was die Jugendlichen und viele Menschen in der Türkei kritisieren. Wie ist denn dieser Sinneswandel bei Erdogan zu erklären? Oder war das absehbar, dass es so kommen wird? Ich kann das wirklich nicht erklären. Also ich weiß nicht, was er will. Will er wirklich einen Bürgerkrieg haben, dann wird er es haben und dann wird es schlimm. Und er hat natürlich den Machtapparat in der Hand und er nutzt das sozusagen. Ich fürchte, dass das nicht dazu kommt. Und ich hoffe, dass die anderen, die in der Partei, viele, es gibt viele vernünftige AKPler, die vielleicht mal jetzt ihre Stimme erheben. Der Staatspräsident hatte in diesem Konflikt am Anfang auch einige versöhnende Worte gesagt. Auch der stellvertretende Ministerpräsident. Ich hoffe, dass sich von der AKP auch solche Leute wieder zu Wort melden. Ansonsten sieht es wirklich sehr schlecht aus. Und die Jugendlichen, die Menschen, die gehen weiterhin auf die Straße, die werden auch nicht locker lassen. Auch ich habe viele Verwandte, die bisher nie sozusagen protestiert haben. Die haben ihre Angst überwunden und gehen auf die Straße und protestieren und nehmen sogar ihre Gesundheit in Gefahr. Und das ist nicht gut. Ich hoffe, dass Erdogan das endlich mal einsieht. Er ist, wahrscheinlich ist er ein Revanchist. Und er revanchiert sich. Er hat ja einiges angeboten und die Gruppe hat das abgelehnt. Jetzt zeige ich denen mal, wo es lang geht. Und das ist nicht demokratisch. Er hat auch nicht verstanden, dass es in der Demokratie zwischen den Wahlen auch Gruppen gibt, die ihre Meinung demokratisch und friedlich zum Ausdruck bringen können. Das hat er noch nicht verstanden. Demokratie ist nicht nur Wahlen. Wahlen sind natürlich wichtig. Das Wichtigste. Jedoch zwischen den Wahlen können die Menschen ihre Meinung auch durch friedliche Demonstrationen zum Ausdruck bringen. Ich verurteile jegliche Gewalt auch seitens der Demonstranten. Jedoch haben die meisten, die überwältigende Mehrheit der Demonstranten, friedlich demonstriert. Und die haben auch versucht, diejenigen, die nicht friedlich waren, dagegen zu stellen und die dann aus der Gruppe rauszuschicken. Also das habe ich selber erlebt. Herr Kulat, man merkt, Sie sind mit dem Herzen dabei. Sie sind mit dem Herzen in der Türkei. Und ich habe auch rausgehört, da gibt es Hoffnung, dass diese ganzen Proteste auch was Positives haben und dass Erdogan sich vielleicht doch auch noch mal ein bisschen besänftigen lässt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.